Hey Donnetto und YouTube, wir sind bei der grandiosen Idee, hier rauszuklettern. Super Tess! Warte, warte, warte! Achso, das ist jetzt eine andere Waffe? Warte, 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 habe ich jetzt trotzdem die andere Waffe? Oh! Du kannst mehr Waffen mitnehmen, als du hast zusätzlich Waffen. Halte X gedrückt. What? Ja, aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe doch jetzt trotzdem beide mit, oder? Alright. Runner, Runner ist mir jetzt wurscht. Okay, jetzt bin ich da, ich wechsle aus, ich habe mehr Schuss. Okay, alles ist in Ordnung. Runnen wir mal ganz leise. Runner ist nicht gut, Runner, Clicker war besser, Clicker war besser als Runner. Runner klingt nicht so gut. Gut. Ähm. In Ordnung, ich gehe vor. In Ordnung. Uh, hier unten blinkt was für mich. Wollen wir hier runter? Also eigentlich will ich nicht hier runter. Shit. Bleib unten. Ja, das ist gut, oder? Das ist gut. Wer ist das da hinten? Shit, shit, shit. Oh, und was macht der Piesel da? Oh, warte, 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 warte. Den habe ich doch, oder? Ich glaube, mein Licht stört nicht, oder? Okay, mein Licht stört niemanden. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du konzentrierst dich doch jetzt direkt auf die Wand, oder? Oh, shit. Das sind, oh, shit. Oh, fuck. Drei Stück. Oh, ho, ho, ho. No, 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 no. Das war auch absichtlich. Das war auch absichtlich. Warum, äh, hilft mir auch niemand? Hier oben auch. Ah, sie verpieseln sich. Oh, shit. Oh, shit. No, no. Fuck. Ich bin tot, 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 ich bin tot. Ich bin tot. Ich muss mich mal kurz überlegen. Da kommt noch der Klicker hinter mir. So, siehst du das? Shit. Okay, ich bin tot. So, ich bin tot. Shit. Nein. Okay. Ähm. Gut. Gut. Ähm. So, habe ich mal gezeigt, wie das so funktioniert, wenn man verfolgt wird. So, da gibt es jetzt einen kleinen Cut, weil ich ein paar Dinge ausprobiert habe, aber dabei nicht aufgenommen habe. Und dann habe ich einfach alle vermöbelt, unabsichtlich. Das war tatsächlich unabsichtlich, weil ich wollte zwar schleichen, aber dann habe ich mir gedacht, dann schlage ich halt alle zusammen und das hat dann tatsächlich funktioniert und dann wurde es gespeichert, wie es halt so ist bei der Konsole. Der Speicherpunkt und deswegen habe ich es dann nicht aufgenommen, es tut mir leid. Ich habe ein Medikit verbraucht, habe mich aufgeladen. Ja, that's it. That's it. Das war ein Gemetzel. Jetzt sammle ich noch was ein. Hoffentlich noch ein paar. Voll. Voll. Ich glaube, mit dem Rohr habe ich sie erschlagen, deswegen nehme ich das jetzt mal. Was man hat, das hat man. Und was man nicht hat, fehlt einem. Wenn irgendeiner noch aufsteht, dann... Gott, mit dem Ziegelstein fühle ich mich auch besser. Noch mehr Snickers, kein Medikit. Schade. Schade, schade. Aber ich habe ein bisschen Revolver-Munition. Das macht mich ja schon mal sehr sexy. Könnte mir irgendjemand... Ich mach's alleine. Okay, halt fest. Wasser. Hier, lass uns gehen. Lass dir nur Zeit. Ich geh mal, ey. Okay. Okay. Da blinkt doch eine leere Flasche. Nee, 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 nee. Das ist was anderes. Au, kann ich irgendwas basteln? Siehst du? Alles klar. Aha. Lumpen. Lumpen. Ich wieder. Sorry, dass ich das tue. Was? Dann mal los. Wie? Gehen wir es an. Wie bitte? Was? Wie, 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 wie? Wie, wie, wie? Stellst du dir das vor? Können wir nicht? Ja. Hier können wir durch. Also, vorsichtig. Was habt ihr gesehen? Ich hab nix gesehen. Tut mir nicht, hier sind 10.000 Schlicker. Irgendwas klingt hier so. Sieht alles gut aus. Nur keine Panik jetzt. Nur keine Panik. Alles wird gut. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erst mal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann? Tja, nicht dieses Mal. Ich glaub das erst, wenn ich's sehe. Ich schätze nicht, dass es so einfach geht und dass ich hier rauskomme, oder? Will niemand mit mir ins... War ich umsonst im Wasser? Sorry. Alle stehen hier. Was macht der Typ im Wasser? Warum gehen wir nicht auf links vorbei? Oh, komm. Oh. Alles in der Kontrolle. Typisch. 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 Hier lang. Typisch. Oh, hier hab ich was. Irgendwas für ein Medkit, oder was hab ich hier? Das wird hier sofort gemacht. Spreng... Obwohl Sprengstoff. Das hab ich aber noch nicht gelernt. Blinky, blinky. Ich hab die schon... Ich hab die schon gesehen, da bin ich noch nicht mal... ...runter gespielt, mein Freund. Aber wie kann ich die Waffen verbessern? War ich ja nicht auch eine Möglichkeit? Na, Kampfvater? Ha, tatsächlich. Schütteln. Und die Lampe funktioniert wieder. Das ist witzig. Da. Am Ärmel. Firefly. Da, Molotow. Die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir. Jetzt kann ich's. Gerade hab ich noch davon gesprochen. Um viele Gegner auf einmal zu erledigen. Perfekt. Kann sogar andere entzünden. Superb. Den Bogen werfen, um Gegner zu treffen, die in Deckung gegangen sind. In Ordnung. Will das noch jemand geben, der zum Treffpunkt kommt? Hast du gerade angezündet? Wie lange hab ich jetzt Zeit? Seid ihr verrückt? Brennt das? Ja, steck's ein. Ist klar. Hier liegt was. Das wollte ich. Hm. Das ist eine Quarantäne-Zone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Hopp, 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 das sind nur Ziegelsteine. Halleluja. Ähm, warte mal, wo... Da komm ich doch hier jetzt gerade, richtig? Bin ich jetzt bekloppt? Oh, zurückzug. Da drüben, siehst du's? Kann ich zurück. Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Oh, das ist wieder super. Klicke lautlos. Könnte ich auch noch hören, wenn du dich duckst. Äh, leicht antippen, um dich leiser zu bewegen. Wenn man dich hört, halt dann und warte, bist du dich sicher. So, erst das Dreieck. Und das Messer. So, sichtig. Noch ein Dreieck für mich. Oh, bevor. Wie hätte er das gedacht? Das wäre der einzige, der hier schleichen muss, richtig? Nascht hier jemand? Augen zu und durch. Shit, 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 shit. Jetzt geht er in meine Richtung, der Idiot. Shit. Shit. Hier liegen nur Flaschen rum, richtig? Was ist jetzt mich, was hier noch rumliegt? Eigentlich schon. Ich glaube, hier geht es nicht gut. Sie meint? Nix. Oh, shit. Wo ist hier der verdammt der Ausgang? Ich fasse diese Dinger. Boah, du bist es, meine Güte. Fest. Auf die andere Seite hier rüber. Mehr Seiten gibt's nicht. Leute. Ich glaube, ich bin ein Idiot vorn, wenn ich herumschleiche. Also. Läuft jemand dann bei mir vorbei? Oh, voll. Excellent! Feier des Tages müssen wir fast jemanden umbringen, ne? Ich hasse diese Scheißdinger. Shut up! Shut up! Dann müssen wir hier raus! Wo kam... Hier lang! Wir haben es fast geschafft! Na los! Mist! Da kommt der eine Typ, der stört doch nicht, oder? Na, vielleicht doch ein bisschen, oder? Jetzt kommt der Idiot wieder zurück! Muss ich das Ding aufschießen? Muss ich das Ding aufschießen? Warte, warte, warte! Mein Rücken zu mir ist gut, mein Rücken zu mir ist gut, richtig? Fuck you! No! Oh! Nein! Nein! Nein, nein, nein! Ich bin hier! Wir sehen uns im nächsten Part wieder! Danke fürs Zusehen! Macht's gut! Mein Herz! Pipstein! Tschüss!